heute kasse des verräters baunahmhöhle haben alles schon gesichtsloser schreien was noch eine ding noch mal schon letztens gesagt hatte ja auch so eine welt dann schon ist irgendwie so wie lille dinge mir ein zucker typ oder nicht wovon du da ist ja aber da hat man ja nicht material für das ist er noch stärker kann nicht sein wird doch der hat noch nirgends ergreifen mit 80 oder 85 wenn wir immer noch gewonnen schottet von dem einen typen im zucker ja klar du kannst du gerne versuchen versuchen ich gehe jetzt mal jetzt in den trend typen und guck mal ob man da sich doch herstellen kann vielleicht gibt es da sind die nicht da gibt es besser die sind irgendwie nicht besser wir brauchen das elixiert ist ein potentes elixier die haben alle irgendwie vielleicht sind die prozentzahlen höher von boni gegeben oder tun alle nur 30 minuten halten in jedem prozent erfahrung die sind besser ich habe hier ein schwaches elixier das kälte wieder stand plus zehn prozent kälte wieder stand plus zwei plus fünf prozent und der potenzielle das gibt 25 prozent und fünf prozent sind auch 15 prozent mehr natürlich sind die stärker wenn der potenzielle alt herstellt okay habe ich mir gedacht es gibt stelle ein beliebiges elixier und ein beliebiges räucherwerk also warte mit dem ton des chaos vom flüsternden baum ja zu sein tonal werden wertet euren halt weg auf die höchste stufe auf erzielt stufe 50 mit einem hardcore charakter erreichen mit einem beliebigen 100 siege über kann ich mir jetzt noch einen erfolg holen aber ich mache mir jetzt mal ein trank ich tue mal erhöhte rüstung natürlich jetzt leichter einsetzen und dann tue ich mir da so ein räucherwerk herstellen das ist ziemlich gut dann holt ihr das beruhigende gewürzt hat klingt beruhigende zweite bei räucherwerk wird für alle spieler nehmen wir schon gegen alle schaden sagen ja geht er will ich mal weiter man hört den erfahrung 25 prozent 20 minuten an rüstung und 150 ja können wir ja mal platzieren erfahrungs bonus ist nicht mit anderen räucherwerk und stapelbar ich werde hier sein aber ja mal versuchen bevor wir den typen rufen ich muss warten eigentlich will ich nicht hinsetzen die frage jetzt muss ich die sachen jetzt hier wieder ausnehmen also nicht genau was für dinge sind das haben wir kommen wir die immer wieder wenn gar nichts jahre einzulagern hier also ich bin bereit für den typen bevor wir den rufen platzieren wir ja ein paar so räucherwerke im potenziellen trank wenn er dann immer noch uns waren schottet dann war sie auch nicht dann haue ich den ich muss warten hier schon mal da rein der kleinen gegner ja mal klein holz ja oder 75 ich muss warten ich bin am warten wer wir kriegen immer noch nicht da und ich bin der optimist das hat bis jetzt immer gebrachten das ding schon aktiviert geruch meine ich naja ich war ein bisschen da bist ja ich tue gerade noch ein paar leicht stellen rüstung um 900 warum meine volle armee haben wir müssen das ding ja noch stärker sage ich mal nichts anfassen ja ich hatte wir erst mal meinen tragen welchen nämlich den den für 900 rüstung ich nehme an dem für 900 rüstung ich weiß nicht wo ich den herrn aber ok so tue ich mal beruhigende gewürze ich weiß nicht ob da tipp wenn du hat auch irgendwie aktiviert das hat das ist dann hier auch mal ist ein stapel alles klar dann gucken wir mal wenn wir uns immer noch jahren schottet ja da wer will du oder ich ja ich mach lange ist es ja ich bin noch nicht man 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 hat dann alle aktiviert wurde irgendwie werden die dreyche jahre mit so einer ranne dass du haushalt von dem kampf verdammter dreck ja ich kann ja ich habe keine tränke mehr gehabt noch ein getränkter einer wie viel schaden der macht nett ja jedes mal wenn er mich trifft ich habe in der rückwirkung macht er mir nicht das ist meine mitte ist da war ich hoffe ich denke mehr ich finde auch nicht vorher ich bin noch nicht so richtig kein schaden ich weiß es nicht von mir macht der profi gibt ja auch er hat wieder seinen schild ich muss warten der sofort umgefallen wird wird der angestellte ich bin auch noch normalerweise würde ich da drüben schatten was ich hier wussten aber das ist ein dächtiger weil man da noch mehr um sterben die sofort die schädchen gar nichts aussehen meine lebensbalkämer sehen können ich habe doch kein schaden ich habe doch ich habe doch nur da kommt sie ich muss mal schnell auf dich losgehen was dauert der kampf lange ich halte nicht aus ja da muss ich meine aufnahme sehen meine lebensbreiten die ganze zeit im ausrede ich habe immer so 100 prozent gibt schaden und dann so ein ganz kleines fütterchen ap ich bin auch nicht ich habe sich das lohnt dazu fahren der kampf ist so schwer dauert so lange wenn wir am ende gewinnen warum nicht wir auf den anderen los welter aus die man macht dazu gut geht gar keinen schaden ich kann ja nicht euer ernst sein die gegner die der ruf zu sterben auch macht was für mich sind da irgendwie voll schäber soll das klopfen gemacht aber ich habe ja ich mag ich muss die gegner sind halt 75 ist klar diese schnell sterben also gewinnen mit dem angst jetzt nicht schaden aus irgendeinem grund der k er macht wieder den okay die gegner die gehen so schnell erst verhalten die mit viel aus die gegner die der gut und dann geht ihr auf einmal ganz schnell war lang gar lang gewinn das ist mir so gut wie gar nicht immer sehr angefasst stück aber wir auch herweise als schlechter leider aber er ist machbar gaffee ist sehr viel schwächer als ich habe ich bin noch nicht bereit ich bin gespannt wie den seine mechanik irgendwie so erklärt ist online ich habe ein sichartige schuhe hinterlasst eine spurs frost die gegner unterkühlt weil ich dann meines gerettkrieger verliert ich habe zwei jahren schwert oder immer als ich habe dann kann ich das ja zerlegen und so dinger sammeln man ging andere sachen eintauschen kann segen des vaters was benötigt ihr blutspieß benutze ich nicht ließ sich gut zerlegen beruhigendes gewürz stufe für zwei steht aber immer noch da bei mir auch also muss noch aktiv sein ich würde schon gerne benutzen natürlich wo sind hat eine und sind auch noch welche sind die bei den beiden gibt es gar kein potentes nein wir so ein potenz jetzt hier ist eisen stachel so irgendwie sort haben eigentlich ist eigentlich ein schleimiges ei das ist wieder so ein beschwörungstheil dann also ich will hier sein dann stechen ein paar herr voranzidemer brauche perfektes gleichgewicht auch mein verzeug engelshauch teufelsrose alleine kann ich mir gar nicht so oft herstellen sowohl lieb des berges ich muss warten so sehen neuen schuhen ausrüsten weil ich meine skelett krieger so habe ich dann noch mal noch nicht so stark ist der vater möge euch glück bringen man brauche ich denn ja noch neues mit handschuhen darin steckt nicht wenig eure gebete wurden offenbar erhört eure gebete wurden offenbar erhört haben drei minus drei schwächer das war nicht der erfolgreiche und von axt gewünscht haben post hatten das war nicht so ok der weltboss sport in viereinhalb minuten schwer am leuchten ich bin noch nicht bereit und jetzt versuchen wir noch mal ich mein ernst drei minuten muss ich ganz ob betrachten bestaunen was das licht berührt gehört aber nicht dir dann nicht solange ich in der stadt bin ich bin ein schritt entfernt von dem glöwen sockel aber pack ich ihn da rein nicht solange ich in der stadt bin ein kleiner brauer da sind einige spiele und kriegt er denn goldene klamotten der klamotten dann auch ein mantel auch ein mantel aus reinsten gold naja doch schon wie geht es wir haben gerade den zuckertypen erleicht den daniel darfst du keinen erfolg haben ich meine wir sind höher gelevelt als die meisten hier sehe ich gerade nur 123 leute die höher gelevelt sind hat sie tja der da der gott zu bier wird mal so richtigen pro irgendwie haben der irgendwie der sich die videos anschauen und mal irgendwie so gesagt irgendwie was machen können oder so noch das bild noch mal von von neuem machen das ist eine einzigartige für drüben die werbe zelt ist drei gängige werbe fertig werden zu sehen begutachten arbeit für den hober beobachten das ist ein einzigartiger gegenstand von dem läuft er die ganze zeit als werbe rum das ist nur ein er hat eine schule der post spur jurale bekommen was die einzige schuhe also Oh, ja. Ich hab Ruhe, fast Mann. Oh, Mann. Er wurde getötet von Umgebung. Okay, das ist der Typ. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Oh, Laser. Wo lang, da lang. Nein. Boah, man war ja klingt so schnell. Ich bin noch weg, ich bin noch weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Gut. Warum ist das nicht so? Ich bin tot. Ich bin tot. Boah, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. da habe ich jetzt herangezogen die war die sind einfach in den drin die 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 Na komm. Oh, ich hab keine Tränke, nein. Oh, ich hab keine Tränke, nein. Ich bin einfach da durchgegangen. Ich muss warten. Meine Leiche ist noch weggeflogen. Ich bin einfach da durchgeflogen. Lebt wohl. Auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Ich hab nichts von Bedeutung bekommen, leider. Okay. Ich geh mal zum Baum, ich hab wieder genug. Dann krieg ich ja noch meine Glühfe, ja. Nicht so lange ich in der Stadt bin. So weit bekommen. Es ist getan. Große Einlandwaffendammlung. Sie holen sich immer noch mehr. Da packe ich jetzt hier rein. So hab ich da überhaupt hier. Ich kann nicht in der Nähe. Nein. Was mich der vierte Glühfauna aussuchen. Nein. Mehr Heilung, ich trinke. Nein. 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 Oh, das ist ein Lapp. death. Hmm. Hmm. Ja. Nehme ich den hier, man. Hab ich hier Geschicklichkeit? ist immer mit willenskraft ok da geht es mal darunter 40 stärke euch dafür entscheidungen entscheidung hast du denn da versuche heraus für welche glühel ich hier noch einpacken wieder eine glühel für bekommen und eine geschicklichkeit ich nehme nehmen mit stärke kollegen wenn ich den falle 40 auch keine ahnung naja ist klar machen wir jetzt noch nicht solange ich in der stadt bin ja was von level haben wir ja noch 45 wieder ich habe keine 45 ich habe nur 46 verstärkte elite gegner unterdrücker ob da wirst du kein fan von sein muss auch ein ich habe jetzt hier raus stimmt ein geschützt gewerbe ja heute schon gemacht ja ich merke mir die namen sind länger nicht ja ein schwarzes elixier ist feuerweiter stand bitte habe ich wieder platz habe dann aber kaputt war noch immer hier ist ich muss warten ich bin noch nicht bereit ich mache Zeit um das zu tun ich denke schon immer auf der karte angezeigt dieses ding in ja die sex exklusive dinge war schon immer auf der karte angezeigt weil ich weiß ich muss also ein ausgeschossene ich habe einen daraus getrieben aus der menge mehr auswählen ich brauche zeit um das zu tun ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit muss auch nicht immer zweimal da ist ein brief dieses kreisliche so man das summt die sache so süßlich das leben in sanktuario ich bin ein bisschen zu weit vorne hingegangen das könnte nicht tun während der tod seit kommt so klar ein bisschen weiter vorne irgendwo hier legen vermagte schwer dafür ich habe ich krieg die schon wieder nicht dauerne die idea sofort gab das ist ja noch gar keine heilfähigkeit oder die an der regeneration hier ja monstert die keine boss regenerieren eher maximal leben pro sekunde ja ich kann die nicht töten die heilen den schaden den ich den zufüge der ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit das hat man bild der hat auch ganz klar ich bin auch nicht bereit ich muss warten hallo ist hat eine singe eingesammelt ich habe gewertigen ich bin auch nicht bereit kraftsüchtiger geist geist satten für ein titel ich habe den auf den golem hingetreten hat passen ne ne hr of g Просто ha satt hr hr Oh Okay Die blind hören Warum ist der dinge Na gerade reingestimmt Ich bin auch nicht bereit Aber noch so ein ding Da sind ja natürlich bei vier steine Ich bin auch nicht bereit Ich bin auch nicht bereit Dafür noch mit diesen ganzen bienen schwamm Der nimmt mir erstmal ein gegenstand weg Das ist meins Wo sind diese feuertypen Wo sind sie Ich werde hier gefangen Da war doch nichts mehr Schaffen wir dort Wo diese ganzen feuerbeleher kommen Ich weiß nicht welche Der ich auch nicht Welcher das ist Was ich auch nicht Dafür sind dazu viele Gegner Ich bin tot Ich muss warten Wir haben mich nicht durchgelassen Na ja jetzt in dem Leben geschafft Da sind so viele Gegner gewesen Ich hatte ja meine Tentakel benutzen Und zwar ob darunter Na ja Ich habe keine Sehr gut Okay Ganz toll Ja ich bin Ich bin noch ein paar Meierreingang hat nicht so funktioniert Also Wir müssen da rein Nein Ich habe mir das in dem Grund schon wieder nicht So im Grund Ich weiß schon Wir sind so viele Gegner Ja das war aber freundlich Also krass der Gegner Da unten Ja so wie hat feuerlich betont Da kommt wieder raus Da Ich habe den Stein raus Ich habe das Ding raus Ja Ich habe das Ding auch verbrauchen Ich habe jetzt auch nicht raus Ich muss warten Wenn du kämpfen willst Okay er nimmt überhaupt keinen schaden ich bin auch nicht wir haben das ding also wird schon wieder nach den sternen greifen da bist du in ihrer komplette von uns ja du bist der realist muss diese ganze motivation wenn man gegen den zuckertypen kämpfen ich habe diese dinge ich habe diese deutsche ich werfe jetzt auf die von diesem schreien sind schon wieder abgelaufen war da war nicht gut voller eingedasht zerstören die eier bevor sich schlitten ich bin schon wieder tot nein kann der euch mal aufregen ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht ja ich bin tot ich hatte keine tränke mehr ich bin genau da reingebaut bist du geschafft unsere ehre wurde wieder hergestellt etwas wäre also nötig war er steine ich muss machen ich bin jetzt wieder hier aber es geht nur ein halbchen oder blöden heilen sich mehr ich muss ich muss warten man hat nämlich schaden wir machen gibt schon nicht mehr so was wir tun er ist jetzt gestorben dadurch dauernd ist angriff gemacht und ich habe sehr lange dauern die leute müssen mich nur anstarren und sterben dann ich habe den schatz gefunden ich muss warten ok war es geschafft glaube ich das hätte ich ausgesperrt ja ich habe den schon aktiviert gehabt glaube ich kommt einfach ja und wirft die dinge auf den vorhin muss ich aber dann aus einpacken habe ich schadensregeneration schadens ja nehmen wir mal 1 auf level 6 so muss das